mein lieben leute sind wir ganz recht jetzt nicht gegrüßt und willkommen hier es ist es ist ein riesengroßer scheißhaufen wir müssen jetzt mal ganz in ruhe munition und ja wir sind ziemlich durch das war so das war also wer es nicht gesehen haben sollte das war die richtig krasse mega scheiße hier aber aber voll mega scheiße ich suche jetzt erstmal nach pankillern die suche nach munition denn letzt mal mit der letzten kugel die wir gerade noch klar gemacht haben dann haben wir hier irgendwie noch was ist das ein pankiller ich sehe ich sehe ich sie in den zwei pankiller bei so einer action scheiße mann 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 da brauche ich auf jeden fall mehr ich brauche mehr ich brauche viel viel mehr ich hätte glaube ich in der letzten folge schon gesagt beim rennen fällt mir auf dass ich den einen anderen pankillern tatsächlich übersehen habe aber das jetzt guckt euch mal diesen guckt euch mal dieses dieses guckt das machen dieses mess hier das ist ganz kurz nach ich brauche auf jeden fall noch pankillern die leute das ist so unglaublich sind hier gar keine pankillern und hier ist das hier das server raum da ist noch einer da sind drei der scheiße die hier am start ist das noch einer ganz gründlich gucken meine freunde ganz gründlich mit dem so ich glaube das war es kommen wir hierhin jetzt zurück so wir müssen den kleinen dabei haben wir sie genug geguckt das ist sicher ist sicher mit dem ich habe zu in erinnerung das was jetzt gleich auf uns zukommt das wird noch viel viel schlimmer mit aber dass die richtigen kindergeburtstag geben sie müssen auf kleiner ich denke wir haben jetzt erstmal alles das hat we're going to be able to fix this or what in a few minutes hey i should be able to reboot the system get all the components back online what about bronco's office that's all i care about and you should be able to lock us down hey this works whatever you're doing doing quick i'm gonna make a sweep of the building they get back to rodrigo's Die Sicherheitssysteme war wieder online. Things vielleicht ein bisschen schwieriger für unsere Fanclub von hier an in. Es seemed like brechen die Perimeter war nicht mehr schwer als die Strollen durch die Front Gates. Aber hey, wer braucht ein Trojan-Horse wenn die Alarm ist, und deine Armee ist ein Dane, ein Dork und ein Drunk? Broncos Office hat das Atrium überrascht. Ich konnte sich in und sicher, dass er noch nicht ausprobiert hat. Max! Ihr seid jetzt auf dem Sicherheitssystem, Sir. Es kam einfach an. Okay, gut, dann lockt dich dich an. Bleib dran. Was würd ich auch mal sagen, ey? Überleben oder Schönenladen? Da ging es. Er war sicherlich sicherlich. Jetzt musste ich es in die Lobby machen, um meine Strecke zu erfüllen. Okay, wir müssen zur Lobby, hm? Ich bin ehrlich, ich glaub, jetzt kommt was ganz Schlimmes. Oh, Pipi, ich will Pipi. Ich will Pipi. Oh, Pimpi, ich will Pipi. Oh, Pimpi, ich will Pipi. Ach, Pimpi. Ah, Viktor. Ah, Viktor. Okay. Ach, du Scheiße. Ah, ich will Hirten. Poor girl was dead. Shot through the head by someone Hero fighting the rich one lonely secretary at a time. Sekundär, Pipi. Jaaaaahhh. Okay, das war glaube ich nicht so gut, das müssen wir direkt nochmal machen, wiederholen. Ich glaube wir müssen wegjumpern, oder? Kann das sein, dass wir wegjumpern müssen? Ich weiß nur, dass es hier gibt, oder? Simpsons, simpsons, simpsons. Okay, ich habe den Fahrer erschossen und das... Oh Gott, da geht es gleich weiter, da geht es gleich weiter, da geht es gleich weiter. Nein, 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 nein. Mann, der Freund, der Freund, der Freund, das ist ein bisschen übertrieben hier. Das ist, ich bin ein einzelner Personenmann, ich bin Max Payne. Das war ein, das ist auch irgendwie eine Able. Und nun ist er schon wieder flat, okay. Okay, okay. Gut, daher, pass mal auf, gut, da habe ich ja mitgekriegt, ne? Das ist ein sehr gern genutztes Wort von euch. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, okay. Ach, du Scheiße, was ist denn das für einer, was ist denn das für einer, das ist so ein super koppel, das ist so... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oooooh. Wenn sie aber einfach mal verhindern, können sie die Kleine ein bisschen wegmachen, und so, bum, 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 bum. Wir haben keine Muni mehr, ja super, ich mag gerade einen schönen Jump und wir haben keine Muni mehr. Okay, wir sollten mal einen Paint Clip nehmen. Okay, wir sind schon fast wieder tot, verdammte Kacke, das Ding haut ja voll rein. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, sind wir tot? Sind wir tot? Sind wir tot? Sind wir tot? Ich kann nichts machen aktuell. Ich glaube, ich bin tot. Bin ich tot? Okay, wir sollten, glaube ich, mal ein bisschen mehr in Deckung gehen. Max, pass mal auf. Wir haben fast keine Muni mehr. Okay, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Ich glaube, wir haben ihn. Okay, pass mal auf, dann jetzt wieder. Es war, wie wir es haben, das Schlimmste gesehen haben. Der Elevator würde mich zurück nach Rodrigo's Office, wo wir das Rest auswarten können. So, auch hier, ne? Muni. Muni, 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 ist hier noch was drin? Ist hier ein Pinkeler drin? Ah, ne. Na, Freunde, das habt ihr davon, ich weiß, das ist... Ja, Muni, 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 Muni. Gibt es hier noch Pinkeler? Ich bin Pinkeler. So. Auch die arme Sekretärin hat es auch zersammelt, ne? Alles zersammelt hier. Oh, Gott, oh, Gott. Wir fahren wenigstens aufzug, ne? Rodrigo, es ist Max, open up. Können Sie mich hören? Ich bin Pinkeler. Senor Branco, open up! Ich werde versuchen, da zu der Ruf. Du findest, die Sicherheitsgarten, dann kommst du hier raus. Ja. Ich wusste, dass es ein weiter Weg in, upstairs, für den Helipad. Das kleine Lugzury-Runaround, das immer die Rüchte schmerzen, an den die Poor-Literall, als well als Metaphorically. Das Maxing Code, könnt ihr? Rodrigo! 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 Shit. Oops. Gott, verdammt. Natürlich, er war tot. Klingel, einschüttel, ein professionell job. Ich beginne zu suchen. Ich konnte nicht mehr Playback auf einer der Kameras, und es sah wie die Disk war. Einige in dieser Geburt war versucht, zu halten die Töne. Aber dann, warum hat jeder andere gehört, durch die Verdammt Wall? Fabianna. Selbst wenn der Mann, der mich verletzt war, ist der Mann, seine Frau noch da. Vielleicht könnte sie geholfen. Vielleicht ein paar guten... Ah! Picking die Fotos aus den Fragments broken... ...ein etwas caught meine Augen. Figures. Ach du Gescheiße, mein Liebes. Wir sind fast tot. ... Man fällt nicht in deine Hände zu seinem Bauch. Wir haben auch keine Penkeler mehr, ne? Es ist nichts mehr da, ne? Wo müssen wir jetzt lang? Kommen wir hier irgendwie raus? Perfekt. Wenn ich nicht remoliert wurde, würde ich mich auf der Rat verbraten. Schau auf mich! Hey, ich wurde kontraktiert, um zwei Menschen zu schützen. Einer war... Komm, Alter. Okay, der Weg war wahrscheinlich falsch. Wiederholen das nochmal. Also, wo muss man hin? Wo muss man hin? Da ist der Eingang, aber da kommen wir nicht raus. So, ich kann noch nicht viel machen. So, pass mal auf. Auch kann ich gar nichts machen. Kommen wir hier irgendwo? Ich glaube, hier waren wir. Nein, ich wollte da gar nicht lang. Wenn ich nicht immoliert wurde, würde ich bis zu sterben werden. Zu lange gewartet haben, Leben. Okay, jetzt komm. Ja, 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 okay. Das heißt, der Weg ist, der Weg war falsch. Komm, g, 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 g. Ja, ja, er hat eine Kugel im Kopf, das ist doch alles ganz tragisch. Aber wir müssen das mal rauszuschalten. Ja, ja, Paycheck, das ist erstmal völlig egal. Aha, okay. Und jetzt weiterkommen, weiter hoch. Und ich weiß ja nicht, warum ich weiter hochgehe, aber Maximum, geh! Es ist keine Art, dass eine Bombe alles getan hat, unless das Ort aus Gasoline gemacht wurde. Ach, du Scheiße. Der Kind hat es nicht gemacht. Scheiße, ich musste diesen korpslötenden Kauern bezahlen. Er bekommen seine Schäuze war mehr als nur Ausgabe. Okay, was ist denn nun nicht tot? Okay, ähm, Scheiße, der ist nicht geschafft, der kleine. Gleich untersuchen, tut mir leid, das ist, was ein guter IT-Mann, aber wir wollen das alles mal vorbei. Scheiße, Scheiße, und jetzt muss ich jetzt verlinken, das ist unglaublich. Was, jetzt schon wieder? Tot? Warum tot? Wiederholen. Okay, dann gucken wir uns den kleinen beim nächsten Mal nicht mehr an. Wir müssen jetzt wieder, glaube ich, in... Okay, so, Sim, so, gucken wir uns den letzten Mal an, äh, dann, ja, das tut mir leid, kleiner, das ist richtig kacke, aber... Ach, okay, oh, fuck, ey, ihr habt in dieser ganzen Scheiße nichts Besseres zu tun, als mich zu weinen. So, okay, wir sind fast tot. Oh Gott, oh Gott, wo geht's denn jetzt hierher? Gehen wir hier rein. Oh, schon wieder tot? Hm, noch nicht ganz, aber... Es fehlt nur noch ein Zipfelchen, ihr seht das, wir sind ziemlich schmutzig, wir sind fast zum Kopf, gar nicht... Rodrigo oder nicht, Fabricas-Bronco ist vollendet, ziemlich literisch. Okay, besser ist das, glaube ich, ne? Ja, ich glaube es auch nicht. Ach, du Scheiße. Okay, ein Schuss in diesem Deck, ja, das ist das Problem, ein Schuss in diesem Deck, wir haben nichts mehr. Wir wiederholen das nochmal, oh Gott, oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Okay, das ist fair, das heißt, wir müssen das auf jeden Fall mit Bullock machen, ansonsten haben wir keine Chance vor. Okay, da ist noch einer. Der lebt gerade nach. Böser Fehler, ne? Bei Max Payne und Spiegel 45 ein böser Fehler. Okay, pass mal auf, dann krieg ich ihn jetzt hier endlich mal ein bisschen Schmerzmittel. Wo gehst du das? Der letzte paar Leute, die versucht, mich zu töten, hätte man eine Idee gehabt. Okay, okay, wir müssen ein bisschen, oh, ich muss die Rütteln, 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 komm, Max, gibt Kette, jawoll. So, jetzt gehen wir hier rüber, schön rüber gehen, ja, bravo, Max, oder guter Mixen? Die ganzen Schwänzer platzen, wo, 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 verdammt, wo gehen wir jetzt her? Die Fenster geplatzt, kommen wir hier durch? Ja, kommen wir durch. Okay, das sieht nicht sehr sicher aus, das sieht alles, das sieht ganz sicher aus. Die raucht alles so schön, ich seh nix. Dem bleibt doch nix erspartes, es ist unfassbar. Max, Emilian, komm hoch mit dir. Niemand vor dem Kopf war ziemlich schlecht. Wenn du nicht sterben, bevor ich ihn kam, werde ich ein paar Antworten bekommen. Hey, warum? 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 Warum, Rodrigo Bronco? Warum? 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 Warum kamst du, dass du, dass du, Rodrigo Bronco? Ich kamst du, weil du, weil du, was du, hast du so viele von uns gemacht hast. Was ist das für ein Schmerz? Was ist das Schmerz? Er wird von Schmerz oder von der Blut in eine halbe Stunde, wenn ich ihn nicht verlassen habe? Wo ist Fabianna? Was? Fabianna Bronco? Wo ist sie? Was war das Schmerz? Die Kommando Sombra hat ihn, her auf den Hill. Und es war auf den Hill, für mich, wo die Gang schmerzt, für mich, wo die Schmerz I was a mess. Rodrigo Bronco was dead. Fabiano was held hostage. I had no idea who was behind any of this. I felt like a fool. I was a sweaty, gray-haired mess. This place, well, this place was going to kill me, too. I could see that now. I decided that I was going to die sober, not drunk. At least then I would see who shot me. It was time to take back control from whoever was out to get me. And if I didn't flush them out, at least my midlife crisis would confuse them enough so they did something stupid. It was the only hope I had. I knew I wasn't thinking straight. I'd been drinking and popping painkillers for years. I had a liver like a French goose and skin like red leather. Well, it wasn't perfect. In fact, it wasn't much good at all, but it was going to have to do. At least I was facing in the right direction. Hello? Hello, Victor. Max? 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 You're alive? You're alive? Of course I'm alive. We did not know this. We are lost, Max. Our brother was everything to us. I understand. Listen, I'm sorry about your loss. Both of you. Rodrigo was a good man. I failed him. But I was tricked. What happened, Max? I don't know. Some guys from the crush of Predo came into the building downstairs, so while me and the security guard were dealing with them, an assassin must have come in and executed your brother. At least that's how I think it happened. You killed him, Poha. You killed my brother. What are you talking about? I understand you're upset, but please, why the hell would I do that? To get his money. To take his money. How am I getting his money, Marcelo? Please, think. I worked my ass off for your family. I saved your life twice. Or more. Right now I'm going to get Fabiana. Where is she? Where is Fabiana, eh? She's in a place called Nova Esperanza. How do you know this, Max? One of the crotch of Predo told me just before he died. Please, bring our sister-in-law back to us, Max. Our family is being torn apart. So I guess I was finally about to go and experience the other side of Sao Paulo first-hand. The bit people try to ignore. The unpleasant memory they try to obliterate with cocktails and helicopters and parties and lines of blow. Like rich fools the world over. I was a day off the sauce for the first time in years and knew I was due a hangover sent direct from Mother Nature. I had no idea where the hell I was going to go. So I decided to head straight for the street party that seemed to be raging. Either that or some other fool had gotten there before me and now was being ritually sacrificed. I've had better ideas, but that I've also had worse ones. Like accepting this job in the first place. What's the difference? I have to go on the other side. I have to go on the other side. You need help, sir? Speak English? Yes, I have to say, no problem. I need to know if you've ever seen this girl, Fabiana. Come here for a second. Look at her. I know lots of girls, sexy. Come on, come on. This way. Where are you going? Wait a minute. Down there? He is. Jesus. This way, come on. At least I found myself a tour guide. Let's go. Ja, meine lieben Leute. Mit neuer Frisur und neuem Outfit sind wir jetzt in einer ganz tiefen Scheiße gelandet. In den Favelas von Sao Paulo. Pardon, da verschlucke ich mich sogar. Ja, das ist richtig übel hier. Und, ähm, ja, Frisur gefällt mir, ne? Das ist, das Hemd, das Herz allerliebst mit ein paar Papageien drauf. Das ist wunderschön. Ich sage jetzt mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt mal eine kleine Aufnahmenpause machen. Und, ähm, ja, die Favelas, die holen wir uns dann in der nächsten Folge. Es wird hier ziemlich abgehen, meine Freunde. Das kann ich euch schon mal sagen. Liebe Leute, in diesem Sinne ab in die Rinde, Freunde. Halte dich wacker. Ciao, ciao, sagt euer Spiegelte 45. Mit schönem Papageienherd. Hm, 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 hm.